So, und da sind wir wieder in einer neuen Folge Fortnite, hier die nächste Bytes-Story, ne? Ab geht's. Genau. Schauen wir mal, was das nichts wieder mal zu sagen hat. Genau, wer dann hier unten beim Flatterborn, Burn, 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 Birnenbaum. Beim Flattern den Birnenbaum. Da müssen wir wieder einen Fernseher einstellen, super. Schauen wir halt mal, oder? Genau. Auf geht's, oder? Oh, 69 Gebäude zerstört. Es fehlt nur noch das mit den Krongebäuden, witzig. Sonst habe ich auch die wöchentlichen durch, sehr schön. Sehr, sehr schön. Eine Hinata. Süß. Das war klar. Ach ja. Na, dann wollen wir mal. Jetzt bin ich aber gespannt. Na klar, das wäre Dings unter mir, wo ich zuerst den Fernseher triggern könnte, aber ich möchte jetzt eigentlich schon darüber, ehrlich gesagt. Weiß nicht. Ich möchte da hinten hin, finde ich irgendwie eine coolere Gegend da hinten. Ja, der Gleiter sieht schon auch cool aus. Ist der größer geworden? Nee, ne? Ist der größer geworden? Wegen dem Beizauftreten? Oder? Nee. Ich glaube nicht. Jo, natürlich landen jetzt auch hier welche, ganz klar. Einer? Ich habe jetzt gerade... Ja, nee, da ist noch einer. Okay, keine Ahnung. Ah, ist voll cool hier. Vor allem dieses Holo Pancake. Mega lustig. So, wollen wir mal schauen hier. Jetzt sind wir wieder da. Zack, die Bionis. Da heizt sich schon wieder. Ach, was ist denn hier wieder los? Nein, mein Gold. Wieso nehme ich nicht einfach die Tür? Wow. Oh, wow. Nice. Ich brauche aber jetzt erstmal ein bisschen hier. Waffeln. Muni. Muni-Waffeln. Oder natürlich auch sowas hier. Ne Cobra, die im Ar. Klar, nehme ich. Nehmen wir alles mit. So, was ist das da? Ja. Joa. Ach so, ich habe das ja schon. Ich bin so dumm. So, jetzt. Da ist der Fernseher. Jetzt blieb mich aber erstmal voll. Ganz wichtig hier an der Stelle. So, da ist er. Ne? Der nächste Fernseher. Schauen wir mal an. Du überlebst diese Reise als erster, seit Generationen. Du überlebst diese Reise als erster. Du bist fähig. Aber wir suchen einen Krieger. Okay. Wirst du weitermachen? Wirst du weitermachen? Ich werde weitermachen. Wir werden hier absolut getestet und so. Was ist denn jetzt los? Oh, mein Kabel ist in der Maus drin. Cool. Interessant. Jetzt müssen wir Chromdrohnen öffnen. Auch faszinierend. Chromdrohnen. Ja, man kann sie ja sich selbst zerchromen. Das ist ja das Gute an der Geschichte. Mal schauen, ob wir hier welche finden. Ja gut, da muss ich aber jetzt auch wieder Chrom mitnehmen. Selbst die Realitätsknospe hier wurde hier verchromt. Deswegen ist sie tot. Ja gut, machen wir so, so und so. Was soll's, ne? Okay. 20. 20 Kisten? Zählt das hier auch? Natürlich nicht. Aber das da. Oh ja, nehm ich. Oh ja, Hebelschrot nehm ich. Dann willst du mal. So drei Chromflaschen. Man kann hier nur acht mitnehmen auch. So, hier ist die zweite. Mmh, nice. Oh, direkt blau. Auch gut. Das hier zählt auch nicht. Okay, wirklich nur die Hauptthronen. Ja, moin. Na gut, na gut. Dann ist es so. Hier ist auch nochmal ne Trui. Kann ich da hoch? Yes. Wird nicht verchromt sein. Ist so, ist so. Aber ist jetzt kein Problem. Ah ja, besser. Okay. Sehr schön. Der Container hat viel Leben. Das ist, äh, sehr gut. Oh. Oh ja. So, einfach mal aufgelevelt. Wollen wir mal davor? Meins. Oh, du hast ja auch was Schickes gehabt. Freut mich. Genau, genau. So ist es. Ein bisschen Schaden, wie ist das? Der Sturmi kommt schon. Der Wahnsinn. Ich möchte trotzdem kurz hier hin. Cool. Sammle halt die Muni nicht vor. Achso. Ich bin schon voll. Ja, sag das doch. Sag mir das doch. Karte. Ah, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen weit weg. Okay. Dann wollen wir uns mal Verchromie-Boomien. Ey, bitte. Nee. War der Kaktus gerade verchromt? Mega witzig. Und weiter. Das Gute ist ja, Chrom heilt dich ja, wenn du nicht im Sturm bist, lol. Das heißt, ich muss einfach mal nur kurz rauskommen. Ich mache mal den Luftprescher. Oh. Komm schon. Sehr gut. Könntest du dich mal heilen? Oh, ein Chromfläschchen. Gut, das ist jetzt weniger so gut. Ey, das ist auch witzig. Ey, what the fuck, Bro? Ja, moin. Oh Gott. Leg mir mal nicht am Arsch. Du Arsch. Das sieht nicht so gut aus für mich. Oh Gott. Das geht ja mir immer noch am Arsch. Das ist mich eigentlich verarschen, oder was? Bro, ich hab dir gar nichts getan. Alter, was ist los mit euch? So komme ich natürlich auch nicht zu Chromthronen öffnen, ne? Alles gerade ein bisschen problematisch. Äh, eine Möwe? Oh je. Ne, da muss ich auf jeden Fall auch wieder in der Chromgegend landen, oder so, wegen Chromthronen und so. Hier ist, äh, Müll. Jetzt ist so stressig hier gerade alles. Kriegen wir nicht hin. Leider. Uff. Ne, gehen auch meine Chromfläschchen aus. Mh, 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 mh. Okay. Müssen wir das mal annehmen, oder? Na, dann wollen wir mal weiter. Ha, ha, ha. Ha. Oh ja, natürlich. Oh je. Was ist hier wieder los? Oh je. Ha. Wenigstens, ne? Oh. Oh, das ist gut. Oh. 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 Scheiße. Ja, genau. Was ist denn hier los? Spinnst du? Oh. Oh. So. Back hier. Ein. Oh mein Gott, wie das aussieht. Hihi. Voll lustig. Oh. Oh. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Das war knapp. Das war knapp. Spannend. Oh. Hier. Wow. Hab kein Plopsel gekriegt. Scheiße. Müssen wir wohl. Oh ne. Ne. Okay, das war's wieder. Mhm. Schön, dass seine stärker war und besser getroffen hat, was auch immer. Okay. Das war dann das. Platz 8, oder? Oh je. Okay. Naja. Auch interessante Runden, jawoll. So. Ach ja. Was ist los? Du musst es dir verdienen, bla. Okay. Sieht auch interessant aus, jawoll. So. So. Weg mit dem Scheiß-Spiel. Jetzt haben wir ja auch 15 Uhr her. Genau, jetzt gibt's wieder tägliche. Haha. Witzig. Das ist Hebel-Schrotz. Sammle-Schrotz. Äh, Lul. Okay. Ha. Meilensteine. Das sieht schon mal ganz gut aus, auch. Ja. Ach so. Ja gut, ich hab erst einen neuen Baum gepflanzt, auch. So. Ja, eben. Dann muss ich auf jeden Fall, boah, keine Ahnung, im Senktum landen, vielleicht? Oder in Sleepy. Sleepy vielleicht, wegen den Thronen, ja? Muss ich mal schauen, ne? Gut. Aber, das war's dann wieder für, ähm, diese Folge. Ich hol mir jetzt nur noch irgendeinen Scheiß. Ich hab so keinen Bock auf diesen Teddy. Hm. Zehn Sterne habe ich. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du. Ja. Mhm. Ah ja, genau. Das ist ja frei. Auch schon die Seite. Ach ja, die weiße Katze. Ja. Ja. Die weiße Katze, doch. Ja, da hab ich jetzt Bock drauf, gell? Schön. Sardinen. Genau. Nix kostet zwei, oder? Nee. Da ist nur das da. Nee, nee, nee. Nee, das ist vorbei. Okay. Gut. Dann war das, äh, die Folge. Hihi. Hofft, die hat euch gefallen. Und wie immer sehen wir uns dann natürlich beim nächsten Mal wieder. Danke, tschüss. Euer Gekko. Hallo. Ja, das daí. Hofft, Liberts. Ich modelling dir das, äh, die Folge ja. Ich- Wir fahren. Bis zum nächsten Mal. Ich- Und wie eigenau caley likeasy Remove. Brown, Dasha was.